She always takes it with a heart of snow Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Heute habe ich für euch von Lone Star einmal den Knister Teufel Mix Wir haben hier wunderschöne Feuertöpfe bzw. richtig fette Crackling Feuertöpfe von Lone Star Wir haben hier einmal die Feuertöpfe Pink, Blau und Rot Das Ganze mit richtig wunderschönen Crackling Wir haben hier eine Gesamt-NEM von 105 Gramm Hier sind 3 Stück enthalten aus der 2020er Charge Ich würde sagen, wir schauen auch noch kurz einmal rein Ich mache den Karton einmal auf Wunderschöner Sticker hier noch mit drin So sehen diese Feuertöpfe einmal aus Wir nehmen uns hier mal den Saphir-Feuertopf Sind recht klein, passen sehr gut in die Hand Gute Aufmachung, richtig schön Der hier hat eine NEM von 35 Gramm Ich würde sagen, die testen wir jetzt Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß So, jetzt haben wir hier den Knister Teufel Mix Richtig schöne Teile So, wir fangen an mit dem Roten Viel Spaß Richtig stark Machen weiter mit Saphir, dem Blauen Richtig brutal Alter Schwede Und den letzten Amethyst Den Pinken Let's go Richtig geiles Sortiment Gebt dem Video einen Daumen nach oben Und haut rein Bis zum nächsten Mal Macht's gut und ciao Los geht's Bis zum nächsten Mal Los geht's Bis zum nächsten Mal.